Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Day Z. Wir sind hier immer noch am Airfield, der Server ist wieder am Start. Der Dennis nimmt den Laden hier gerade mal unter die Lupe ein bisschen. Und der Benni ist ja verhungert. Wir sind jetzt alle schnell nochmal hier zurück ins Gebüsch gelaufen. Aber immer noch dieselbe Gameplay-Szene, immer noch dieselben Leute am Start. Und wir wissen nicht, ob der Typ, der ist ja dann auch geflogen, genau wie wir vom Server, der müsste sich also immer noch hier rumtreiben. Beim Respawn war ich plötzlich voll auf dem Airfield, dann schnell hier hinten hin. Und ich habe das dumme Gefühl, ich wurde getroffen, weil bei mir ist das Bild wieder ein bisschen grauer. Kann aber auch am Wettereffekt liegen. Echt ein bisschen, oh es regnet. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass wir jetzt alle hier liegen und dann nattst uns alle von hinten weg. Ja, wir sollten auf jeden Fall wieder weiter vorgehen. Benni, hm, wo bist du? Du brauchst ja Essen. Ich kann dir was geben. Ich habe noch ein bisschen was. Einen Tuner-Dose habe ich noch am Start. Kommi, du hast einen Sniper, ne? Nee, ich habe keinen Scope dafür. Dann kommt doch mal in den Wald rechts von euch. Weil der Dennis hat schon recht, wenn der Typ... Achtung, ich trinke. Der Dennis meinte ja, der Typ ist an ihm vorbeigelaufen. Das heißt, der ist jetzt wirklich hinter euch. Nee, das war aber nicht. Das war wirklich der Wale, der gebackt hat. Achso, das kann sein. Okay. Ist bei euch auch so ein bisschen grau alles? Mhm, wegen dem Wetter halt, ne? Das liegt am Wetter, dann bin ich gar nicht getroffen worden. Okay, ich bin hier hinter, mit dem Tommy. Ja, wir sind jetzt auch im rechten Wald, Benni. Wisst ihr, wo das Haus ist am Ende von dem Wald? Wo seid ihr denn? Sorry, ich habe gerade nur darauf geachtet, dass... Also wir sind jetzt genau in dem Wald hinter dem Gefängnis. Ich bin das. Ich bin das. Boah, manchmal, Alter. Sorry, aber manchmal lädt das ein bisschen spät nach. Boah. Voll die Paranoia wegen dem Kackspiel, ganz ehrlich. Ich komme jetzt hier auf eine Straße, Benni. Ja, da komme ich jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also der Typ ist vielleicht weggelaufen oder vielleicht aber nicht, aber mittlerweile ist ja auch vom Server geflogen. Das heißt, ihr könnt hier auch noch beim Airfeed sein. Es joinen noch immer mehr Leute auf dem Server gerade. Es joinen wieder Leute auf dem Server gerade. So. Wir sollten uns mal sammeln und besprechen, was wir jetzt machen. So, wir sind zusammen. Okay, nein, jetzt geben wir erstmal den Benni, gebe ich jetzt erstmal Tuna. Okay, gebt uns mal kurz Deckung, solange ich ihm was gebe. Jetzt. Hier. Thunfisch. Eine ganze Packung. Wir brauchen unbedingt Essen, Freunde. Ich habe auch noch eine Dose zu trinken danach. Sehr gut. Halt doch mal bitte in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren an alle DayZ-Spieler, die so spielen. Was euer krassester Moment in DayZ bisher war, wo ihr wirklich so Adrenalin-Schocks ohne Ende hattet. Das würde mich mal echt interessieren einfach. Weil, ich finde unsere Szenen sind teilweise ein bisschen krass, aber es gibt wahrscheinlich Spieler, die schon heftiges erlebt haben. Deswegen haut es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich lese es auch, keine Sorge. Sarazan natürlich auch und der Binni natürlich auch. Und der Flo, äh der Flo, sag schon. Der Tobi wahrscheinlich auch. So Jungs, der Server wurde jetzt neu gestartet. Das heißt, man könnte nochmal looten. Theoretisch haben wir wieder frischer Loot da, stimmt. Ja, weil der Server ja neu geresettet wurde. Okay, ist da... Dennis, kannst du nochmal kurz herkommen zu mir? Warte, ich check ganz kurz, dass er fehlt. Moment, eine Sekunde. Okay, das Gefängnis ist leer. Wo bist du denn? Bist du der mit dem Orangen? Nee. Nee, das bin ich. Die sind hier vor mir. Okay. Der mit der blauen Mütze. Die muss der Dennis ab sofort immer anziehen, so eine blaue Mütze. Das ist ab sofort deine Kerlungszeichen. Boah, hier stehen wir aber echt schlecht. Ich wollte dir noch ein Bajonett geben. Ah, hau rüber. Kann ich denn da aufspießen mit? Dann einfach in ihn rein rennen, oder wie? So, da liegt's. Muss ich dann einfach in ihn rein rennen. Das werde ich sehen. So, komm her! Ich bin der Ritter. Lanzelot. Schreib mal dein Bajonett. Komm, ich mach mal ein Foto. Ich hab voll vergessen hier schöne Foto hier. Ja, wir werden uns sogar von Leuten... Ja, komm, er hat viel Foto. No risk of fun. Bleib mal stehen hier, du kleine Bajonett. Mach das Foto schnell. Mach das Foto schnell. Ja, schönes Foto. Wenn ich gleich einen Headshot habe, dann hast du ein guter schönes Foto. Sehr geil. Echt schönes Foto. Hast du toll gemacht. Muss ich sagen. Sieht ja frischend anders aus. So. Ich renne mal vor zur ersten Tanne, wenn das in Ordnung ist für euch. Okay. Also wie gesagt, der Server wird immer voller. Der Server wird immer voller. Eieiei. Infolager ist hier drauf. Kennt ihr noch Infolager? Nee, gerade nicht. Ich kenne Infolager. Wenn Infolager... Okay, also das Gefängnis scheint safe zu sein. Ich habe das Gefühl, die wissen, dass wir hier sind. Sehr komisch, dass vorhin geschossen wurde und jetzt ist auf einmal stille hier. Jetzt ist allerdings auch kein Loch direkt im Zaun. Das ist ein bisschen beschissen, der Punkt hier gerade. Warte mal. Moment, ich probiere mal hier zu gucken. Ja, ich komme gerade hinterher. Wir nennen das Gefängnis, weil das so eine Gittertür hat übrigens für die, die sich fragen, warum nennen die das Gefängnis? Was soll denn so ein R-Field? Wir müssen jetzt zwei auf das R-Field. Okay, hier ist nichts. Zwei. Ähm. Eipern. So ist es. Check jetzt mal hier die Häuser. Vielleicht kann ich aus irgendeinem von oben rausschießen. Okay, ich bin hier mit dem Tommy. Ja, wir halten mal hier die Stellung ein bisschen. Man kann hier nämlich schön in die Reihe hinter der Kaserne gucken, ob da irgendjemand langläuft und auch vorne schön ins Gefängnis und aufs R-Field. Und es regnet. Es regnet und regnet. Aber es sieht echt so aus, als wäre das Gefängnis leer. Da ist keiner. Ne, da ist wahrscheinlich Loot auch für uns gerade. Ja, ich würde sagen, wir sollten da mal reingehen, oder Freunde? Aber wir müssen auf jeden Fall auf die Deckung warten von Dennis und Benny. Wir brauchen noch eine gute Position. Wir müssen vor allem ein Loch im Zaun finden. Wir müssen eh hinten lang rum, Tommy. Ja, ja, klar, aber... Hier ist doof, hier ist keine Anhöhe. Hier ist keine Anhöhe. Da kann man nicht so gut. Sollen wir uns dann zu viert durchziehen? Einfach von der Front? Ich meine, wir sind vier. Wenn da einer kommt, resieren wir den weg. Ja, aber ich bin im Nachteil. Der Clan ist im Moment nicht da. Ja, es geht. Naja, dein... Also ich habe die Mausin. Die hat ja noch weniger Schuss. Du hast ja noch ein Magazin. Die ist halbautomatisch. Die SKS. Ja, dann können wir es ja mal versuchen zum Gefängnis. Warte mal, lass mich... Ich bin hier beim Loch im Zaun. Linke Seite. Benni? Ja. Dass ich eine neue Position kriege. Warte. Hast du schon alles im Blick? Ja... Ich suche ein Loch im Zaun auf der anderen Seite. Und muss die Zombies hier wegräumen. Bis dahin ist wer da. Auf jeden Fall. Wir sind zu langsam. Ja, aber lieber langsam und sicher. Anstatt, dass wir gleich... Warte, warte. Ich suche gerade eine Position, dass ich genau seitlich aufs Airfield gucken kann. Warte. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ein Zombie. Ich hab's gleich. Zwei Sekunden noch. Da bist du Tommi, Giovanni. Boah, mach nicht sowas. Ich dachte, das wäre ein Spieler, der dich... Ich brauche ein Loch im Zaun. Warte mal. Boah, war das knapp. Hier oben auf den kleinen Miniturm, Leute. Beste Sicht. Okay, ready? Warte, ich habe jetzt einen perfekten Blick auf das Airfield. Moment. Das Airfield ist sauber. Geht erstmal ins Gefängnis. Alles klar. Komm, Tommy, rushen wir. Oh, ich bleibe im Zaun hängen. Links rum gehe ich. Links rum, da haben wir mehr Deckung. Rechts rum, sorry. Andere links. Ich gehe gerade auf den Turm. Nee, wir sind vorne am Gefängnis. Guck mal da. Also ganz vorne am Airfield, nicht beim Turm. Hier ist schon mal eine Dose. Cool. Was zu trinken ist super. Ja, aber hier oben auf dem Turm kann ich perfekt gucken. Aber ich kann mich hier nicht ducken. Wir gehen rein ins Gefängnis. Gib mir Deckung. Ich scheiße hier die Position. Super, toll. Ich sehe euch. Gib mir eine Deckung. Ich gehe nach oben. Ja, ich checke hier. Hier ist noch alles zu. Hier ist echt noch nichts gelootet. Ich höre ein Zombie schreien. Es kann sein, dass der gleich irgendwo hier rein glitscht. Ja, sehr gut sogar. So, ich bin hinten im Gefängnis gerade. Hier gibt es auch noch was zu trinken. Hier ist noch eine Gasmaske. Was haben wir hier noch liegen? Grey Cargo Pants. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber hier sind auf jeden Fall jede Menge Getränke. Stimmt mal ziemlich gut. So einfach alles mitnehmen. So, aus dem Gefängnis raus. Wale, bist du oben fertig? Ich bin oben noch nicht fertig. Hast du den hinteren Raum gecheckt? Ja. 60er Magazin. M4. Boah, vor der Tür liegt auch direkt was. Mysteriös. Vielleicht mal so. Wale, bist du soweit? Ich gucke noch mal gerade unter die Betten, weil das darf man nicht vergessen. Okay, yes, hey. Wer läuft da gerade aus dem Gefängnis raus? Ich war das, ich war das. Ihr habt eine perfekte Sicht, Jungs. Super. Und wir haben ordentlich Zeugs mitgebracht. Na, geht in den Tower. Okay, ich bin ready. Was ist das für ein komischer Helm hier? Hat das eine Gasmaske auf? Da liegt was drunter. Da hinten liegt noch ein Magazin, wenn du willst. Da liegt eine Bloodback-Kit. Brauchen wir das noch? Ne, nimm das Magazin mal profilaktisch selber mit, oder? Ja, aber die ist badly damaged. Ich habe schon ein 240er Magazin, ne? Super. Okay, ich habe im Notfall gerade auch noch ein 60er gefunden. Also wir sind ganz gut ausgerüstet. Okay, dann nehmen wir hier raus und gehen zu den Tower. Okay, ready? Go. Ja. Wir müssen noch ein bisschen den Wald da im Auge behalten. An der rechten. Ja, ich habe da gerade reingeschaut. Da können sich auch gut Sniper verstecken. Go, 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 go. Okay, Benni, wie sieht es bei dir aus? Ich sehe euch. Also wenn ihr jetzt gleich an den Hangars vorbeiläuft. Ja, da sehe ich euch. Gehst du in den Hangar rein? Ne, gehen wir nicht. Lassen wir die aus? Okay. Geht in den Tower direkt. Ja, aber in den Hangars, da gibt es coole Scopes und so. Hier liegt eine Waffe, hier liegt eine Waffe, hier liegt eine SKS. Sehr schön. Aber braucht keiner mehr, ne? Ja, vielleicht. Also ich lasse mal die M4 lieber. Aber ich habe keine Munition. Überlegs dir. Ich habe dem Dennis noch ein bisschen SKS Munition gegeben. Hier sind noch Jungle Boots, falls du brauchst. Ey, ihr seid ja viel zu offen. Wenn jetzt von der anderen Seite ein Sniper kommt, seid ihr sofort weg. Ab in den Tower. Geht einfach in den scheiß Tower. Wenn wer schießt. Okay, der hat recht. Der Dennis hat recht. Ich lasse den SKS mal hier liegen. Aber eigentlich solltest du... Dennis, wie viel SKS Munition hast du noch? 10 von 20. Nee, ich habe dir doch 16 noch gegeben. Eben. Ja, ich meine jetzt für meine selber. Aber ich kann dir welche geben, naja. Ach so. Ja, okay, dann nehme ich dir mit. Wir finden die aber auch noch was. Dann nimm die mit. Wenn die besser ist, nimm die mit. So, wie viel sind denn hier? Es sind schon ein paar Leute auf dem Server. Dort viele Fans. Tommy, sag Bescheid, wenn du ready bist. Dr. Samurai. Ja, ich bin ready. Konzentriere dich lieber auf das Airfield anstatt auf dieses Spiel auf dem Server. Dennis, gerade. Ja, ich gucke die ganze Zeit an. Auch in den Wald und alles. Okay, raus, 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 raus. Rüber in den Tower. Rüber in den Tower. Los, 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 los. Ja, wir sind unterwegs. Ich brauche einen Blick. Alles in Ordnung. So, wir gehen rein. Unter der Treppe. Was liegt da? Geil, ein schimmeliger Apfel. Yeah, noch mehr schimmelige Apfel. Okay, jetzt bist du natürlich ein leichtes Ziel. Siehst du den Eingang, Dennis? Ich bin oben im Tower. Vom Tower? Ja. Ich bin genau seitlich vom Airfield. Ich kann alle Gebäude... Hier ist ein blauer Rucksack, falls wer will. Wir brauchen Nahrung, Jungs. Nahrung. Ja, ich sammle hier gerade ein Getränk nach dem anderen ein. Boah, ich habe hier gerade SKS Munition gefunden. Geil. Dann gehe ich vielleicht nochmal zurück und will die doch haben. Okay, dann müssen wir gleich nochmal zurück. Was hast du denn dran? Äh, gerade habe ich noch die Mosin. Hä? Wo sind meine 60er Magazin plötzlich? Boah, da draußen liegt eine Munitionskiste. Wir müssen raus. Warte. Hab ich das eben jetzt irgendwo hingeklatscht? Ach du Scheiße. Da liegt es doch. Ich bin draußen oben jetzt. Was ist denn? Moment, ich musste gerade hier nachladen. Irgendwas hat hier rumgesponnen. Oder ich habe mich verklickt. Ich weiß es nicht genau. Also ich... So, wieder rein und zurück zur SKS, oder? Wie geil. So eben zwischendurch. Kleiner Move an der Treppe. So, Dennis, wir gehen wieder raus und gehen zurück zum Hangar. Zum ersten nochmal kurz. Komm. Warte, warte, warte. Ich checke erst die Gegend, warte. Ah, wir sind schon raus. Okay, los, 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 los. Warte, die Tür hier ist offen. War hier jemand drin? Ne, hier war keiner. Ich habe die ganze Zeit... Moment gerade. Hier ist doch zu normal. Denk... Ich bin gerade hier in dem kleinen Haus. Okay. Ich renne zum Hangar, Tommy. Ja, ich bin schon... Oh! Das warst du? Keine Sorge. Keine Sorge, alles in Ordnung. Ey. Mir ist gerade das Herz stehen geblieben. Mir auch. Okay, ich decke den Tommy, solange der sich die Waffe nimmt Jungs. Alter, bin ich auf... Da hinten! Beim Zelt! Ich bin im Zelt. Ah, gut. Boah, was ist denn los jetzt hier? Ich schieße aus Versehen und der andere... Boah, wie weit weg du bist, ey. Wer? Das Zelt ist der King, Alter. So, okay. Die habe ich drin. Alles klar. Aber ich habe jetzt niemanden angelogen. Aber hier ist alles ruhig. Alles ruhig. Alles ruhig. Alles ruhig. Okay. Ich würde sagen, dann schnappen wir uns das Gebäude ganz hinten, oder? Ja. Ja. Muss ich aber Position noch wechseln. Immer durch den Wald. Über von euch. Boah, da vorne läuft jemand. Achso, du wechselst. Okay. Okay, das ist der Dennis. Waldbild. Also, man muss sich sagen, hier das ist das höchst frequentierteste Airfield bei Balota, das. Deswegen müssen wir ja echt vorsichtig vorgehen. Da hinten. Im Gebüsch bin ich, ne? Ihr seht mich, oder? Boah, das mit dem Regen irritiert jetzt aber auch kräftig, ne? Ja. Haben wir eigentlich in den zweiten Hangar reingeguckt? Nee. Sollen wir das noch machen? Sollen wir das mal machen? Ja, bin ich dabei. Ach, der Benni. Bist du das im Zelt? Ja, ja, der Benni. Den habe ich doch eh... Naja. Nur kurz rüber. Okay, rein. Jo. Erstmal um die Ecke. Ich deck den Eingang, ich deck den Eingang. Ist leer. Okay, nichts da. Alles klar. Dann gehen wir noch zu dem hinteren Haus, da könnte auch noch ein bisschen Zeugs liegen. Ich habe auf jeden Fall jetzt genügend Getränke für uns alle. Brauchst du was zu trinken, Tommy? Nee, ich bin ausgerüstet, danke. Komischerweise fast nichts zu fratzen. Wo seid ihr denn eigentlich jetzt Benni Dennis? Nur, dass wir so mal... Der Benni ist da vorne im Zelt. Der Benni ist da vorne im Zelt. Das ist der Benni. Seht ihr den? Ich komme zu dir rüber, Warte. Okay. Und habt ihr alles im Blick, dann rennen wir jetzt rüber. Ein langer Run. Ja. Hoch zu dem Gebäude, glaube ich. Ganz hinten. Mhm. Okay, los geht's. Puh. Okay, wir rennen hinter dem Tower vorbei, oder? Das ist sicherer als hier auf dem Airfield. Vorsicht, Zombie, linke Seite. Da ist eine Mauer, ne? Ja, scheiße, wir müssen da vorschauen. Ja doch, da kann man durchkrabbeln, komm. Okay. Vorsicht, da sind Zombie links von dir. Ja. Da sehen wir euch aber nicht. Ja, wir sind sofort wieder vor dem Tower jetzt gleich. Cool, ja das ist praktisch, das zu wissen, dass man hier durchkrabbeln kann. Siehst du, da haben wir sogar Info-Guide hier im Let's Play. Seht ihr uns? Vor dem Tower jetzt. Boah, ich habe immer Angst, dass aus dem Wald rechts einer uns abknallt. Das ist auch ziemlich gefährlich. Tagebuch eines Überlebenden. Kenny, siehst du mich eigentlich gerade? Boah, die Tower sind da, die Türme sind natürlich auch der Killer, ne? Wenn da oben wer im Hochhaus hängt. Ich renne hier von Gebüsch zu Gebüsch. Tommy, du bist bei mir, ne? Ja, ich bin direkt hinter dir. Die Hochhäuser check ich ab und zu. Wenn du da vorne willst, oder was? Also hier sind wir jetzt mega offen. Wenn jetzt ein Sniper uns erwischt, sind wir down. Ja, ihr dürft halt nicht stehen bleiben, ne? Ja, immer schön zigzag laufen. Weil es ist verdammt schwer zu snipern, das weiß ich ja auch seit der letzten Session. Boah. Wenn sich das Ziel bewegt und man weit weg ist, dann habt ihr gute Chancen, dass ihr nicht getroffen werdet. Kenny, ich habe immer den Wald rechts im Blick, ne? Okay. Hinter dem Gebäude lang. Ja. Kann man in das rein, ja? In das erste nicht, in das zweite denke ich schon, das hinter der Halle. Okay, Zombie. Nicht schießen. Willst du ein Blatt nehmen? Ja. Hast du die Axt, sonst nehme ich meine. Ne, ist weg. Hast du schon gemacht, super. Also schwer euch im Blick zu behalten jetzt. Aber ich sicher einfach die andere Seite. Noch ein Zombie. Hast du noch deine Axt? Ich muss wechseln. Oh, hier ist schon einer von einem Clan drauf. Boah, der hat mich geschlagen einmal, die Sau. Ihr müsst selbst nur gucken, dass aus dem Wald niemand kommt, der da direkt bei dem Haus ist. Den Rest kriegen wir, glaube ich, ganz gut safe. So, wir sind drin. Wir gehen jetzt ins Haus. Okay, ready? Ich gebe dir den Feuerschutz. Gero zuerst rein. Also Feuerschutz fraglich natürlich, ne? Aber Deckung. Kommt keiner, kommt keiner. Okay, los geht's. Nein! Was ist denn hier los? Direkt vor der Tür. Oh nein, ich stehe direkt vor der Tür. Wir spawnen jetzt wahrscheinlich mitten auf dem Erfi. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier mit der Technik wieder gebacken? Geht mal runter vom Server. Geht ihr auch mal, bevor ihr gleich... Ist auch gerade offline der Server, wie man hier sieht. Oh Gott. Ja, das ist doch echt beschissen. Ich würde sagen, hier machen wir mal kurz einen Schnitt und melden uns in wenigen Sekunden zurück. Bis dahin. Ja, da sind wir auch wieder zurück. Kleiner Server, Crashdown und sind direkt wieder drauf jetzt hier. Und Tommi und ich sind auch hier direkt wieder immer noch am Erfield. Jeder noch in der gleiche Position. Boah, ja, ja. Okay, ab geht's. Ich würde sagen, gucken wir nochmal, ob wir jetzt ins Haus kommen. So, ich renne da jetzt rein. Ich will hier weg. Ist mir zu krass. Und dann mit dem Server. Ja, die kommen gerade alle wieder. Ja, die kommen alle wieder. Zombie vorm Haus. Ich zieh die Axt und hol ihn. Okay. Ich muss gerade auch, das sehen die, haben die Leute ja leider nicht gesehen im Outtake. Ich muss gerade auch zwei Zombies killen. Drei sogar. Ja, ich auch. Wir sind drin. Okay, ich mach die Türe zu. Ihr seid im letzten Haus, ne? Ja, letztes Haus. Warte mal, was haben wir denn da Schönes? War das ein Zombie gerade, oder? Ja, Zombie ist hinter dir. Ach du Scheiße, Autsch. Hast du die Axt? Oder soll ich ziehen? Die. Der läuft hier eh nach gerade. Okay. Alter, der ist gut eingegeben. Benni, du hast alles im Visier? Alter, ich glitch hier rum gerade. Ja, den Rücken. Also die Hochhäuser. Alter, das gibt's doch nicht. Glitch ich hier voll durch die Terrorgegend. Was ist jetzt hier mit der Grafik wieder los? Ja, irgendwie schwungt das Bild so. Bin ich im Bluinen? Ne, zum Glück nicht. Mach mich fertig hier die Zombies, ey. Guck mal die Position, ey. Okay, hier unten ist nix. Außer gut. Doch, hier liegt noch was. Gutes Salz im Magazin 10er. Da unten ist ne Batterie. 15er. 15er für die, okay, ja. Cool. Puh. Eine Pistole. Eigentlich eine richtig spannende Folge, muss man sagen, weil man nicht weiß. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben dir jetzt schon Erfahrungen gemacht mit Spielern. Du hast nachgeladen gerade, Tommy. Nur zur Info, oder? Ja, das weiß ich. Okay, hier gibt's noch ganz viele Dosen. Ich bring ganz viele Spites mit. Sehr geil. Mann. Aber nichts zu essen, ne? Alter. Na, eine Magnum liegt hier noch und noch ein 60er Magazin war, ne? Ey, ich hab genügend 60er. Ja, okay, dann wechsle ich einen 40er gegen einen 60er. Ja. Deckt eigentlich jemand Richtung Balota? Siehst du das, Dennis? Oder? Ich hab, ähm, ich guck genau auf die Runway des, äh, also genau auf dem, auf die Piste vom, vom Airfield. Dann kann uns halt jemand von hinten hochnehmen, ne? Uns beide. Wahrscheinlich. Ja, aber ich steh so im Gebüsch, Alter. Der müsste schon von, der müsste, rennt eher an mir vorbei, weil ich bin eigentlich relativ getarnt. Weg mich ja kaum. Okay. Okay, Jungs. Wallern mir mal grad ne Pipsi rein, Tommy. Nur zur Info. Ja, mach das. Komm gerade mal mein Evental bisschen auf. Wir müssen das auch hören, wenn die Tür aufgeht unten. Dann wissen wir sofort, der kommt. Moment. Okay. Das Magazin ist in Ordnung. Das Magazin ist auch in Ordnung. Ich nehm mal lieber. Ach, ne Säge liegt da noch. Okay. Nehmen wir das hier, ne? Okay, nachdem ihr die Sachen habt, kommt ihr am besten zurück. Jo. Mauen wir ein bisschen ab vom Airfield. Muss ich die, äh, alles aus der Hand nehmen, immer die Waffe um das Magazin zu wechseln, ne? Moment. Ja, ich deck die Tür unten. Muss ich das alte Magazin rausnehmen zuerst und dann das neue rein. Der tauscht sich nicht selber aus. Ist ja doof, ne? Man kann das natürlich auch mit F oder so machen, mit dem Magazin nachwechseln. Das muss ich mir unbedingt mal richtig auf die Tasten legen. Ich denke das. Der Benni ist da hinten noch im Zelt. Alles klar. Okay. Also hier tut sich Gott sei Dank nichts. Das, obwohl dieses Airfield eigentlich sehr gefragt ist. Aber der Server ist extrem dabei, voll zu werden. Es kommen immer mehr Leute und es sind auch teilweise die üblichen. Ah, ich seh dich jetzt auch, Dennis. Ja? Sehr gut. Sieht man mich gut? Ja, blaue Mütze guckt. Hier haben wir alles abgecheckt. Ich glaube, der Room ist safe. Gehen wir raus. Eine Batterie braucht keiner mehr für seine Taschenlampe, oder? Ne. Okay. Okay. Alles klar. Komm zurück. Kommi, du sagst Bescheid. Dann gehen wir raus. Ja. Bist du bereit? Ich mach die Tür auf. Okay. Hinter dem Hangar lang wieder, ne? Ja. Okay. Kurz abchecken. Linke Seite. Safe. Rechte Seite habe ich mal geguckt. Zickzack laufen. Ja. Erstmal hier im Gebüsch machen. Wir eine kleine Pause legen uns hin. Okay. Und dann gehen wir jetzt zu diesen Military Dingern, ne? Bei der Plan ursprünglich mal. So, hier ist gutes Gebüsch. Komm bitte. Komm erst mal zu uns. Zu mir und Benni. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Wo seid ihr denn? Bei den Hangars. Bei dem, bei dem... Außerhalb ein bisschen im Wald treffen. Ist doch sicherer, als wenn wir jetzt nochmal komplett übers Erfiel rennen. Dann geh ich mit dem Benni zusammen. Komm, wir treffen uns mal Benni. Ja. Ich komm zu dir. Halt mal Deckung. Wo treffen wir uns jetzt? Da in dem Wäldchen, wo wir uns getroffen hatten. Ja, hinter dem Gefängnis grob. Da weiß jeder, wo es ist. Ja. Okay. Okay, wir müssen jetzt das Loch im Zaun finden, Tommy. Dennis, bist du da? Komm. Hier? Nee, scheiße. Hab ich nicht verteilt. Okay, Benni. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Hier ist nämlich sehr offen. Ja. Hier hinten geht's raus. Komm mit. Lungene Aktion, liebe Freunde, bisher. 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 Wir laufen gerade ziemlich offen rum. Das ist ziemlich gefährlich gerade, was wir machen. Wir laufen gerade ziemlich gut hier offen rum. So, hier raus. Und direkt ins Wäldchen. Ins Wäldchen. Und dann müssen wir noch vor zum Gefängnis. Wir müssen nochmal über eine offene Stelle. Scheiße. Boah, zum Glück ist hier ein bisschen nach rechts reinrennen. Boah, die Hochhäuser sind auch noch hier. Dieses Airfield ist eigentlich das krasseste, oder? Vom Gefährlichkeitsgrad. Ja, und es ist vor allem ganz nah an dem Spawngebiet. Das heißt, jeder rennt eigentlich als erstes hierher. So, warte, bist du durch? Jetzt kommt die zweite Wiese. Ich seh dich. Ich seh dich. Okay, wir laufen über die zweite Wiese. Laufen jetzt in den Wald hinter die Hangars. Okay. Hier sind wir aber auch schon ein bisschen gedeckter. Dritter Zombies im Anmarsch. Hast du geschossen? Nee, das ist der Treffer mit der Axt. Nee, der hört sich eigentlich nicht mehr so an. Noch ein Zombie? Hat der Schuss gehört, oder bin ich mit der letzten? Das kann der Treffer mit der Axt gewesen sein. Doch, der hört sich manchmal so an. Ja, aber letztens nicht mehr bei mir. Der nächste Zombie im Anmarsch, der nächste Zombie im Anmarsch. Da hinten beim Schild, ne? Ja. Uiui. Okay, da kommt wieder ein Zombie. Ich hab ein Zombie gehört. Warte mal Zombie-Hunter-Folge hier. Hinter dir ist es. Hol die Axt schon mal raus. Ah man, ich blute immer wieder. Ich geb eine Deckung. Ich geb eine Deckung. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Nur dann zum, ich hör einen Schrein, ich hör einen Schrein, ich sehe ihn aber noch nicht. Alter, ich treffe die teilweise nicht, die Bestößenen hier. Oh, direkt bei mir. Geh weg, geh weg. Da muss man immer auf Video gehen, dieser, ja der Grafik-Bug andauert, ne? Ist tot. Die alten, die... Die machen aber auch nicht mehr so viel Schaden wie vorher, hab ich das Gefühl. Die sind zwar Gersieber, machen nicht mehr so viel Schaden, oder? In den nächsten Wald. Okay. Hast du alles, Benny? Ja. Warte. Ach, da kommt schon der nächste Zombie. Alter, es gibt auf jeden Fall viel mehr. Also wir sind jetzt im Wald hinter dem Gefängnis, Freunde. Okay. Zombie-Massaker, echt. Wo ist der? Ja. So. Ich folge dem Benni. Der Benni und ich haben auch... Okay, wir legen uns hier mal zwischen die Tannen. Wir brauchen noch zwei, drei Minuten. Aber wir gehen noch selten. Oh, drei Minuten? Was habt ihr gemacht? Ja, wir laufen ganz außen rum. Ja, wir sind Sniper. Da ist irgendwo ein Zombie. Oh, oh. Da vorne kommt einer. Das doofe ist, die Zombies verraten, aber sie auf die Position. Rüge ich jetzt Leertaste oder nicht? Nee. Pam. Jawoll. Voll ins Gesicht. Richtig schön. Das ist aber richtig schön hier. Habt ihr eigentlich schön Essen gefunden? Ja, ich hab ganz viele Dosen für euch. Sehr gut. Könnt jeder zwei, drei haben. So, immer schönes Gefängnis da unten im Visier behalten. Gucken, was auf dem R.C. abgeht. Ach. Ihr entdeckt uns jetzt glaub ich auch kein Zombie mehr. Hier müssten wir eigentlich relativ sicher sein. Erstmal. Vorerst. Vorerst. Boah, schon wieder ein Mitglied eines Clans auf dem Server. So, wir kommen jetzt zu euch. Ja, es wird voller. Gehen wir noch Essen und dann machen wir ein Folgenpäuschen, oder? Wo seid ihr denn genau? Relativ lang die Folge. Da haben wir das R-Field diesmal unter die Lupe genommen komplett. Das ist ja schon mal was. Seid ihr nah am Zaun? Ne, wir liegen oben im Wald in so zwei Tannen drin. Ah, dass wir dem Server abstürzen, nervt natürlich tierisch ab. Wenn wir mal eruieren. Ne, ich suche die gerade. Ich finde die nicht. Also ich sehe euch auch noch nicht im Wald. Ich guck gerade nach euch. Doch da, hier. Hier in den Tannen liegen wir hier. Cool. Okay, dann lass uns dahinter gehen ein bisschen. Hier auf diese kleine Lichtung. Dann sind wir ein bisschen weiter entfernt von diesem R-Field. Am besten hier oben an die Bäume. Dann können wir von den Hochhäusern noch nicht getroffen werden. Okay, ich bin bei dir. Du brauchst erst mal was zu trinken. Hier, guck mal. Zack. Und zack. Danke, danke. Es gilt ja gleichmäßig. Ich gebe jetzt Bier für den Dennis. Achtung, ich hoffe, dass du es mich verschoben. Guck mal, ich habe aber noch mehr. Ich habe theoretisch noch eine Tuna. Guck, dass ich ein weißes T-Shirt habe, ne? Mist. So warte, ich habe noch mehr. Hier, Spide. Dennis, schieb die Sachen mal auf, die hier liegen alle. Spide. Jetzt habt ihr mich weggeschoben, ne? Ich schieb mich die ganze Zeit weg. Spide. Ich habe eine. Die andere nimmt der Benni, genau. Ne, da waren noch zwei Bier. Zwei Bier und Spide. Ja. Und essen. Ich habe nur eine Can-Tuna. Oh, da müssen wir sie aufteilen. Kann man mehrmals vom Essen, oder? Ne, du, das macht aber auch satt, die Drinks. Tommy, hast du nicht noch Essen? Ich habe hier eine Can-Tuna eingeworfen, Freunde, ne? So eine Dose wäre ganz cool. Ja, ja. Kein Ding. Habt ihr die Tuna? Hast du die, Benni? Ne. Ähm. Ah, das Hungry ist tatsächlich weg, wenn du Bier trinkst. Ja, ja, das geht. Eine Dose Baked Beans werfe ich gerade raus. Habt ihr sie? Ja, da, warte mal. Die Tuna habe ich. Jetzt sind allerdings auch noch zwei Drinks. Drei Drinks habe ich noch. So, einer sollte jetzt mal wieder aufs Airfield gucken. Ja, ich gucke, ich gucke. Was? Oh, lecker, lecker Böhnchen. Aber ausgerüstet sind wir auch noch nicht, ey. Ne. Kann man immer noch nicht sagen. So, dann gucken wir nochmal aufs Airfield und dann machen wir hier Schluss für heute. Ja, ich würde auch sagen, machen wir mal ein kleines Folgen, Päuschen. Auf jeden Fall eine dramatische Folge. Mann, Mann, Mann. Haben wir noch echt Glück gehabt, dass wir da nicht abgekackt sind bei den ganzen Server-Lags, ey. Also wirklich. Der Typ hat ja schon geschossen. Aber wir haben ja Gott sei Dank die Kurve noch gekriegt. Boah. Heiliger Bim Bam. Was war das wieder für eine Spannung, auch wenn nicht viel passiert ist. Trotzdem irgendwie ziemlich Nerven zerreißen dieses Spiel. Es macht uns fertig. Und in der nächsten Folge treten wir dann die Reise zu den geheimen Militärbasen an. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwarten wird. Bis dahin, Freunde. Tschüss. Ciao. Hallo. Ja, das war doch wieder eine Episode hier. Unglaublich. Außer, dass der Server so ein bisschen, ja, fies zu uns ist, sag ich mal. Ansonsten haben wir uns ziemlich strategisch unter die Lupe genommen. Leider kein Feinkontakt. Was heißt leider? Im Prinzip bin ich doch immer ganz glücklich darüber. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis später!